Hallöchen und Willkommen bei einer weiteren Folge CARL OF DUTY! Genau! Wo geht's denn diesmal hin? Vor der eigenen Haustür? Bin ich eigentlich gerade verarschen? Was für Shader? Ernsthaft? Muss jetzt bei jedem Start die scheiß Shader optimiert werden oder installiert werden? Ja komm, wir wollen vor die eigene Haustür kacken! Toll! Erstmal hochmutig wird eine Runde CARL OF DUTY zu spielen und was passiert? Hey, man sitzt wieder... Au! Was ist los? Kamera? Ich weiß was letztens da passiert! Wach auf! Hallo? 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 Jockey's match! Ah, da! Ähm... Hier unten ist ein Kiff! Schnell! Die Trümmer müssen weg! Bringt die Säge! Hier ist jemand! Haltet ihr die Augen zu! Sie lädt! Sie lädt! Ein Mädchen! Ganz jung! Das ist meine Tochter! Sieh da raus! Ja! Jetzt bist du sicher! Ich riech rüber! Geh sie mir ran! Oh meine kleine Melle! Mama! Mama! Halt! Mama! Wartet! Wo ist mein Sohn? Wartet! Wo ist mein Sohn? Wartet! Wo ist mein Sohn? Zuhause geblieben! In Lennon! Wartet! Mama! Wartet! 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 Wir suchen die Widerstand, Kämpfer! Wir müssen jetzt gehen! Mein Sohn ist noch zuhause! Ich helfe dir, Bruder! Baba! Ich hab Angst! Hat keine Angst, Kämpfer! Wir sind zusammen! Wir sind Kinder! Bitte! Ich schieße! Wir sind unbewaffnet! Kleines! Ich geh vor und schaue, ob es sicher ist! Bleib hinter mir! Ja, Baba! Das mach ich! Gutes Geld! Hör auf mich! Dann bist du sicher! Oha! 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 Okay! Gehen wir! Hier lang! Jetzt, Klanzen! Ach, Peugeot! Folge mir! Der Russen! Das Doppel! Folge mir! Die tapferes Mädchen! Ich bin in der Mundfraße! 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 Nicht einatmen! Vereinig dich! Wir sind zuhause! Das Gas wird uns töten! Komm hier rein! Halt hier! Halt hier! Halt hier! Baba! Ich hab die Bomben gehört! Und die Fenster geschlossen! Wie du gesagt hast! Guter Junge! Wir sind erstmal sicher! Kommt mit in die Küche! Beide! Wo ist Mama? Mama kommt nicht! Tut mir vielleicht mein Junge! Warum tun die das, Baba? Sie denken, wir helfen den Rebellen! Hier! Nimm diese Maske! Haben wir noch eine für Falle? Du hast deine eigene! Mit deiner Schwester! Los! Shikyo! Das schenkt mir davon! Benutzt sie, wenn wir getrennt werden! Okay! Wir gehen über die Brücke in die Berge! Dort sind wir sicher! Kommt! Und wenn sie uns kriegen, Baba? Sie werden euch holen! Und wegsperren! Ich will nicht weg! Okay! Hörst du, ich weiß! Wir kommen wieder! Versprochen! Adir! Sei jetzt stark für deine Schwester! Ja! Behalte Mama hier! Und bleib hier! Klar! So überleben wir! Verstehst du? Ja, Baba! Herr Tuch! Wich weht und raus den Rebellen! Bleib bei mir, okay? Baba! Nimm der mich! Bitte! Hier ist niemand! Nur Manikin! Bitte! Bitte! Tschüssi! Nein! Ja, Baba! Herr Tuch! Wich weht und raus den Rebellen! Bleib bei mir, okay? Papa, Papa! Niedermit! Bitte. Hier ist niemand. Nur meine Kinder. Bitte! Bitte, nein. Nein! Nicht weg, raus. Verstecken! Scheiße! Scheiße! Verstecken! Verstecken! Passt du. Verstecken! 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 dass ich die Ich werde die nicht tun. Sag etwas. Zeig dich mir. Ich werde nicht schießen. Ich werde nicht schießen. Ja, ich werde nicht schießen. Das war's für heute. Weck von hier! Erst dich ihn, Farah! Tönt ihn! Du, Farah! Noch mal, Schwestern! Das schaust du! Schwestern! 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 Hab keine Angst! Wir sind zusammen! Durchsuchen wir ihn! Ja? Hab sie! Wir brauchen seine Waffe! Er ist zu schwer! Wir müssen gehen! Komm schon! Einer dreht er doch zieht! Wir gehen durch den Mond! Dort sind wir geschützt! Gehen wir! Baba? Kinder! Du musst aufstehen! Ich kann nicht! Ich kann nicht mitgehen! Was tun wir? Überleben! Um jeden Preis! Gebt niemals auf! Komm! Bleib wohl, Baba! Hab dich lieb! Ich komm nicht ans Schloss! Komm! Ich heb dich hoch! Es klemmt! Versuch es aufzuhebeln! Geh' ich, Alter! Du bist das, Alter! Uah! 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 Fala! Fala! Teh' ein Zolleitator! O Kiel vino! Markov, du willst du mit dir? Uah! Uah! Wir können gehen! Uah! 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 Untertitel Leisten! Das ist nicht fair. Die Töten sind einfach ehrlich. Er kommt sich bald an. Er kommt sich bald an. Schnell, das stimmt. Schnell, das stimmt nicht. Tcha, hier geht Witt. Die Töten sind nicht so schwer. Die Töten sind nicht so schwer. Sie sind nicht so schwer. Sie sind nicht so schwer. Die Töten sind vollkommen. Ungefähr! Bist du verletzten? Glaube ich. Okay, die Luft ist weg. Heik. Ui, also ich muss wirklich sagen, diese Missionnummer, der Abschnitt, das ist natürlich die Hausnummer. Leck mich fett. Ich habe gute Soldaten. Wir müssen durch die Scheine. Darüber, an die Scheine. Und keine falsche Bewegung, klar? Du auch, an die Scheine. Töten sie an. Wenn wir laufen, kriegen wir uns. Wir brauchen den Truck. Die Soldaten werden dich husten hören. Ich werde gehen. Such eine Waffe. Wenn es eng wird, lenk sie mit dem Telefon ab. Hast gut auf. Verdicht. Hey, schau mal. Ich hab einen Revolver gefunden. Nein! Geh. Er hat mich an der Nacht gegriffen. Schau dir das Ding an. Ist brandneu. Ich hoffe, du brauchst eine Revolte. Dann hat man sechs Schuss. Was warst du doch schon? Geh ich zu euch? Hehe. Bist der Bruder. Ich freue mich, dass du den Spinn hast. Denn zuerst hast du uns gehört. Ruf euch bitte. Was war das? Ich brauche die Waffe. Keine Ahnung. Ein Tier? War sicher kein Tier. Wie leicht eine Grille? Am helllichten Tag? Die kommen nachts raus. Wie leicht sind sie vom Gas benemmelt? Wie lang wie sie... Ajah! Michael, ja, schlapp ich! Nichts Punkte ih- Pftr! Einige z'tiki- Fählich eine Grille. Am helllichte Tat? Die kommen nachts raus. Wie leicht sind sie vom Gas benemmelt. Wie leicht bist du vom Gas benemmelt, wenn du glaubst, das war eine Grille? J Oberfl llev100 рублей stattd.. Ja komm, du hast mir gerade in den Kopf geschossen. Was immer es war. Es kommt von da drüben. Los jetzt! Ja! Ja! Snooker! Nein! Vielleicht eine Grille. Fällig den Tag? Die kommen nachts raus. Vielleicht sind sie vom Gas benebelt. Vielleicht bist du vom Gas benebelt, wenn du glaubst, das war eine Grille. Es kommt von da drüben. Los jetzt! Da ist sie schon wieder! Dann haben wir jemand mit uns spielen. Hey! Mal den LKW! Was zur Hölle! Da ist der Grille! Da ist der Grille! Shit! Gleich hab ich. Gleich hab nichts. Vielleicht eine Grille am helllichten Tag? Die kommen nachts raus. Vielleicht sind sie vom Gas benebelt. Vielleicht bist du vom Gas benebelt, wenn du glaubst, das war eine Grille. Die müssen hintereinander stehen. Nichts zu sehen. War wahrscheinlich nichts. Es kommt von da drüben. Los jetzt! Geschafft! Du hast uns gerettet! Verschwinden wir! Verschwinden wir! Ich fahre! Ergrenzt ihn! Nein! Komm her! Los! 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 Ja! Ergrenzt ihn! Nein! Finger weg! Ihr kleinen Teufel habt also meine Soldaten getötet. Perfekt. Ja, also ich muss wirklich sagen, diese Mission, die war wirklich, poff, leck mich fett. Das war schon ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ähm, wirklich Chapeau Activision, das, ähm, äh, das war wirklich gut, das war, das ist wirklich gut umgesetzt, auch wirklich gut gemacht. Haut es mir, haaut es mir sogar die Sprache raus, äh, leck mich fett. Ja, ähm, ich denke mal, ich mache hier wieder Cut, also jetzt wird die Aufnahme zu lang. Äh, mal gucken, wie es denn beim nächsten Mal weitergeht, aber bis jetzt ist das Spiel wirklich, äh, wirklich grandios. Muss ich immer wieder betonen, das Singleplayer ist wirklich grandios, allein durch die Mission und allein, weil das Spiel halt, ähm, eine Schwelle übertritt, die ich so noch nicht erlebt habe, in einem Shooter- oder Singleplayer-Spieler. Ja, gut, ähm, ich sag erstmal wieder Danke fürs Zuschauen und Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, gut, ähm, ich sag erstmal wieder,